Hallo! 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 Hi. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Hier spricht der Kapitän. Unsere Mission. Wir reisen zu den Sternen. Und erweitern die Grenzen dessen, was bekannt ist. Und dessen, was möglich ist. Ich stehe auf der Oberfläche eines Kometen. Ich liebe diesen Job. Diese Leute. Diese Crew. Ich glaube, wir können alles schaffen. Sie wollten doch fremdes Leben erforschen. Also auf in die Fremde. Ihre Anwesenheit ist Blasphemie. Lassen Sie uns darüber reden oder einen gemeinsam? Das ist doch toll gelaufen. Wir sollten uns küssen. Das scheint mir logisch. Die Zukunft steht auf dem Spiel. Niemand kann die Zukunft kennen. Wir können nur unseren Instinkten folgen. Sie sind die Besten der Sternenfreunde. Unsere Fähigkeit zum Teamwork ist unsere größte Stärke. Zeigen wir denen, was wir drauf haben. Wir sind ein, was wir auf dem Spiel. Wir sind die Welt. Wir sind ein, was wir verdient. Robert der Deutel waren unser Buch. Wir sind ein, was wir kommen. Das bleibt ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020